Marcel Hirscher! Und ich mache es wirklich kurz und schmerzlos. Ich meine, es ist wirklich keine große Überraschung mehr. Es ist eigentlich vorweg, aber ich nutze gleich die Kürze. Es ist heute der Tag, an dem ich meine aktive Karriere beenden werde. Jetzt ist es draußen und jetzt wird es, glaube ich, leichter und besser für mich. Und ja, somit, glaube ich, habe ich das jetzt schon recht gut einmal den ersten Schritt gemacht. Danke. Genieß deine Zeit. Vielen Dank. Ich glaube, den Applaus hast du verdient. Marcel Hirscher! Danke. Danke.